Hallo, hier haben wir Kühner mit Rettelbekommen und beim Roten Signal zurück zu FNAF Ultimate Edition. Ich hoffe ja letztes Mal nach langem Hin und Her endlich mal diese Nacht eins überstanden. Maus geh weg! Greg, 404 Euro Test, Ring, Undefined und... Wollen wir das mal probieren. Oh, schau ab, holen wir einfach die Fresse. Kommt der jetzt ein Fungsi rein? Oh, schau ab. Ich glaube, es hört mal ab. Wollen. Wollen der Herr? Das kann nicht lustig werden hier, das ist heuerlich. Schick also schon mal runter unterwegs. Wollen. So eine blöde Kuh. So eine blöde Kuh. Wir müssen wenigstens zur Technologie fahren. Äh... Ich trau. Wie falsch Am Carol? Wie für würde man neu영aufen начина ambiguous bin! Trennendweiler read. Äh, da lacht sie. Da lacht sie, weil da geht die Brüder gut. Ich meine, irgendeine Foksi kommt noch nicht. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, in der Nacht kommt er noch nicht. Die Nasium. Tja, die Maske funktioniert noch. Aber nur ein kleiner Test. Ob sie noch funktioniert oder nicht, ne? Böse. Sehr böse. Hier, das würde ich gerne mal machen. Die Elektrik-Schocker. Diese Geräusche. Waren wir schon verrückt. Die Chica ist wieder unterwegs. Leute, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich schlafe jetzt gleich ein. Nicht, weil das Spiel langweilig ist oder so, sondern weil ich sowas von übermüdet bin. Das ist ein wenig. Gut aufgehoben. Ohne das Knochen. Nice. Wir haben schon 60 Diamanten. Sixteen. Sixty Diamonds. Sixty Diamonds. Diamonds are the best friend girl. Best. Girls. Ähm. Diamonds are the girls best friend. Ich bin schon ganz durcheinander, Leute. Aber das ist die Müdigkeit. Die macht eigentlich total mürbe in der Birne. Mittal. Puh. Ein Immergio. Ein Eingang. Es gibt viele Menschen einfach noch eine kleine Ebene. Machen wir nicht. Ich trau ja nicht. Ich trau ja nicht. Irgendwas passiert auch noch, was unvorhergesehen ist. Ich trau ja nicht. Nicht mit mir, nicht mit mir. Oh, oh. No, no. Diesmal nicht. Lady. Diesmal bin ich am längeren Hebel, wie es schöner ist. 20%. 20%. 18%. Wahrlich gerade viel, ne. Ja. 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 What? It goes? What? Juhu Nei. Ich hasse es schon wieder, es geht wieder der Knopf nicht, ich hasse Spiele, wo der Knopf nicht geht. Da kann ich ausrasten, Leute, ein Knopf hat zu funktionieren, mein Knopf geht nicht einfach kaputt und halt durchs Maul, ich bin sauer. Prost. So eine Kacke. So ein Wind. 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 Das ist gut. Das ist gut. Der ist aufgelöst. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Die Haftung! Die Haftung! Die Haftung! Hä? Was machen wir eigentlich mit dem? Was machen wir eigentlich mit dem? Kein Lauf! Nein! Wohin Lauf! Das tut nicht so... Juss! Juss! Really? So crazy Immer schön aufpassen Das ist interessant Das ist etwas interessiert, warum das nicht funktioniert Oder so ähnlich Nein Wirklich? 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 Ich bin ein bisschen geistig überfordert Wirklich? 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 Sieg, du warst. Hallo? Hallo Tuka, Baby! Hallo? Hallo! Ah! Ich habe vorher nicht Auto angestellt. Das ist plus 10. Oder so. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben es eigentlich in Schaft gehabt. Aber... Das Spiel mache ich einen Strich durch die Rechnung. So eine Scheiße. Es nervt mich. Es nervt mich tierisch, Leute. Tierisch. Tierisch. Ich werde also langsam umkonzentriert. Das heißt, man sollte nicht aufhören zu spielen. Ja! Euer. Jetzt, pass auf! Wenn sie mich jetzt wieder anpackt, dann ... dort spiele ich immer weiter. Nein, 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 nein! Noch geht es? Etwa noch. Plus 10. Noch geht es? Ja, noch geht es. Alles klar. Bärchen, Bärchen. Äh, man geht mal ein bisschen schneller, du Scheiss-Zeit. Machen wir den Volkjagd. Oh, du nervt. Mit mir kann man es machen. Ich weiß es nicht. Alles klar. Wie ist die Verliegung? Wie hat sie da ist? Höh? Energy. Lulig, wer morscht? Wacht ab, ey. Alles im grünen Bereich, ich hab das voll im Griff. Yes, strike! Hey, Foxy! Oh, schlauch! Yeah! Strike, strike, strike! Das T-Mont ist doch rein bis zum Anschlag. Und warum? Weil es kann! Nice. Schade, dass man bei diesem... Nichts machen kann selber. Mit BRC und so... Minigame-mäßig. Also kann man wenigstens ein bisschen relaxen und mal wieder runterkommen. Nice, 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 nice. Wenigstens drei Nächte überlebt. Gar mal so schlecht für einen alten Mann, oder? Ich hab doch heute einen tierischen Livestream schon mal hinter mir, ne? Oh, noch ein paar Sachen gespielt. Oh. Ja, Freunde. Chica, eh, I love you, my darling. Oh, no, I can't eat pizza. With my hands. No. No. Wow. Jetzt hätte ich gar keine. Make the flatter man. Ja, Freunde. Das war auf jeden Fall... Die Snuffs Ultimate Edition. Part 2. Ja, also... Mein zweiter Part. Wir haben drei Nächte überlebt. Ein weiterer Part... Nacht 4 gibt's einen weiteren Part, würde ich sagen. Ansonsten... Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch für Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet wird auf meinem Rosti-Kanal. Lass mir doch... Schnauze. Wäre gerne ein Like da. Freut sich die Rosti drüber? Falls ihr noch kein Abo habt, Köpfe drücken, press den Handbutton, fast subscribe meinen Channel. Liebseh nicht, ließ das Leben. Enjoy your life. Probst. Prost miteinander, verhauen Sie nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschö. Und für genügend genutzt. Euer Rosti-Kalender. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.